Und jetzt finde ich das eine andere Video. Kommst du dann? Nein, das ist zu gefährlich. Das kannst du nicht machen. Weißt du wie das brennt, Alter? Ja, das ist doch nass, man mach! Ja, das ist doch nass, man mach! Geh nicht mit dem Kopf direkt da drüber, ne? Ja, brennt! Tschüss! Wir gehen nach Hause fahren! Ihr könnt 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 nach Hause fahren! Ihr könnt... Ihr könnt nach Hause fahren! Ihr Pister! Ihr Pister! Hey, Deutschland! Guck mal, wie gut das brennt! Guck mal, was der anhat! Ja, Ronaldo, komm her ein bisschen! Ey, wie dachte du die portugetischen Farben, ne? Hab ich mir auch schon hier verzählt!